Musik Seit 1960 investiert Wieser in die Zukunft. Zu diesem Zweck werden technische, ausgereifte und innovative Stromerzeugungsaggregate produziert. Das Ergebnis eines industriellen und strategischen Ansatzes, der auf Professionalität, Erfahrung und Teamgeist beruht. Und das Unternehmen zu einem internationalen Referenzpunkt gemacht hat, das dem Markt viele exklusive Vorteile bietet. Auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte individuelle Konfigurationen, eine zertifizierte, verlässliche Qualität, ein flächendeckendes, transparentes Rundum-Service. Wieser ist in über 60 Ländern mit einem umfangreichen Anlagensortiment mit über 25.000 Versionen und Varianten vertreten. Zunächst entstehen die Standardprodukte, die dann entsprechend den Wünschen unserer Kunden oftmals am Weltmarkt führende Konzerne aus dem Industrie- und Gewerbesektor, dem Telekommunikations- und Bauwesen, Mittelspannungskraftwerke, Datenzentren sowie Unternehmen aus der Öl- und Grasindustrie weiterentwickelt werden. Ein hervorragend ausgebildetes Team steht im täglichen Kontakt mit den Kunden, sowohl auf kommerzieller als auch auf operativer Ebene. Kümmert sich um die Planung der kundenspezifischen Lösungen, koordiniert, falls gewünscht, die Installation der Anlage und verwaltet die Wartungseingriffe und Ersatzteile. Jedes produzierte Stromerzeugungsaggregat ist made in Italy und weist eine sehr hohe Qualitätskomponente auf. Die Montage erfolgt in unserem hochmodernen Werk, in dem sich auch das Logistikzentrum, der Endabnahmebereich sowie der Sitz der Abteilungen, Verkauf, Technik und Verwaltung befinden. Jede Abteilung ist nach dem Lean-Management-Modell organisiert. Das heißt, sie ist auf Optimierung und Rationalisierung in jeder Phase und bei jedem Vorgang, auf Vermeidung von Verschwendung, auf die strikte Einhaltung der Normvorschriften in Bezug auf Sicherheit und Umweltschutz ausgerichtet. Visa achtet sehr auf Verantwortung, die das Unternehmen durch sein Engagement im europäischen Projekt Corporate Social Responsibility umsetzt, auf die Förderung der Kultur der kontinuierlichen Verbesserung mit besonderem Schwerpunkt auf der beruflichen Entwicklung der Mitarbeiter, sowie auf Produkt- und Systemzertifizierung. Bei der Entstehung der Stromerzeugungsaggregate von Visa wird ein präziser und bis ins kleinste durchdachter Weg eingeschlagen. Zuerst werden die technischen Anforderungen des Kunden analysiert und die Lieferzeit festgelegt. Dann entwickelt Visa die Lösung, die dem Kunden vorgelegt wird. Nach der Freigabe durch den Kunden wird die detaillierte Planungsphase eingeleitet, die Pläne, die technischen Spezifikationen und die Entwürfe für jedes einzelne Element entwickelt. Das Ergebnis wird der Produktionsabteilung übermittelt, die mit der modernsten Technologie ausgestattet ist, um die Bauteile zu erzeugen, die anschließend zusammengebaut werden. Alle Anlagen werden einer Endabnahme unterzogen. Häufig erfolgt diese im Beisein des Kunden, der alle Funktionen direkt vor Ort ausprobieren kann. Erst nachdem die Zuverlässigkeit der Anlage getestet wurde, erfolgt die Auslieferung. All diese Faktoren tragen dazu bei, dass sich Visa am Weltmarkt behaupten und den Markterfordernissen mit Ernsthaftigkeit, Effizienz, Dynamik und Zuverlässigkeit begegnen kann. Der sehr hohe Bindungsgrad der Kunden, denen Visa stets nah ist, beweist dies täglich aufs Neue. Aber das allein genügt nicht. Visa verfügt über eine Abteilung, die sich auf die Vermietung von Stromerzeugungsaggregaten und Zubehör spezialisiert hat, wodurch das Unternehmen seine Marktstellung festigen und diversifizieren konnte. Diese Abteilung ist mit über 300 Hochleistungsanlagen ausgestattet, die ständig auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Für diese Anlagen wird maximale Effizienz und Betriebswirtschaftlichkeit garantiert. Visa steht einer Gruppe von Betrieben vor, die in den Bereichen selbstfahrende Bewässerungsmaschinen und schallisolierende Materialien tätig sind. Auch in diesen Fachbereichen hinterlässt Visa seine typische DNA. Großes Augenmerk auf Qualität, synergetische Zusammenarbeit und gemeinsame Ziele. Visa – wenn das Zusammenspiel der Menschen den Unterschied ausmacht. Nein, die universo fülle durch die Menschen. Die Lisa, die sich verabschiedt. Was ist das? Was ist das?